Jetzt Bauer Call Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Dies ist es, mein offizielles Bewerbungsvideo für den Vorstand vom Vorsitz vom Aufsichtsrat von Hansa Rostock. Ja, ich will mir dafür einsetzen, dass auch in Zukunft die kontinuierliche Entwicklung des Vereins in die eingeschlagene Richtung weitergeht. Ich kann in meiner beruflichen Biografie auf einige erfolgreiche Stationen verweisen. So habe ich bereits 1972 die LPGP hier bei mir im Dorf in der Grütze gefahren. Besonders in der Wendezeit hatte ich viele Betriebe, wo ich bei dem Streben nach dem eigenen Vorteil alle anderen hinter mir gelassen habe. Allerdings kann ich beweisen, dass ich mich persönlich nie bereichert habe. Denn Geld spielt bei mir keine Rolle. Ich habe keins. Außerdem könnte ich durch meine landwirtschaftliche Erfahrung gerade bei der Absicherung der Spiele neue Impulse setzen. Denn wir brauchen nicht mehr so viele Polizisten. Bullen könnte ich vom Dorf mitbringen und damit können wir uns aus. Und Bauer Call ist natürlich auch nicht unbekannt. Deshalb könnte ich viele friedliche Fans, friedlich, aber trinkfest, die Bauer Call schon hat, mitzubringen. Und die beiden Fangruppen könnten sich vereinigen. Es könnte im Stadium eine eigene Bauer Call Kurve geben. In diesem Sinne möchte ich bitten, dass sich für mich entschieden wird und ich verpflichte mir, den Kurs, den Eingeschlagenen, fortzusetzen. Wenn jemand Interesse hat, ruf mir an. Hau rin und bisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Sollen wir mal wieder ausmachen? Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. Bauer Calls etwas anderes glance. Bis zum Feld.